Moin, ne? Kommen wir aus, damit es kein Ärger gibt. Ne? Wenn es kein Ärger gibt. So. Komm mal her, ihr zwei seid schon draußen. Blue. Blue, komm mal her. Hallo. So, ihr beide habt's morgen gesagt, ne? Ja? Alles gut? Das sind die ersten beiden, ne? Die ersten beiden, ne? Von den neun. Komm mal her. Ne? Hallo. Hallo. So. Jetzt kommen die nächsten, ne? Wer möchte noch raus? Komm her. Aha. Die nächsten zwei. Die Mütze. Und der Hellflügel. Ja. Ihr seid die nächsten beiden, ja? Die auf den Knast wollen, ja? Alles gut, Mütze? Du bist zu der Hans-Samen-Seite, ne? Jawoll, Mütze. Alles gut, ne? Ja. Und, komm. Alles okay, ja? Ja. Ja. So. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Lambo? Ja. Der kleine Italiener, hm? Bist du der kleine Italiener, der uns nicht daraus wollte? Ja. 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 Komm mal her. Ja. So. Alles verletzt? Ja. Einer von der Kamera fliehen, ja? Auf das was wird. So. Wer ist noch was? Ja. Wer möchte noch raus? Komm her. Stopp. Hallo. Hm? Du? Du, ja? Ein blauer Hellbügel. Du bist auch raus, ja? Ja. Gut. Sehr gut. Sag, ne? Ja. Ja. Hm? Sehr gut. Ja. Haben wir noch einen? Gut. Noch einen Rambo. Ja. Noch einen Rambo. Ja. Noch einen Rambo. Ein Tassel Vogel Rambo. Komm mal her. So. Jawoll. Sag mal zum guten Morgen, ne? Sag mal zum guten Morgen hier, ne? Alles gut? Ja. Alles ist gut, ne? Du auch? Ja. Alles gut? Komm her. Rambo. Komm her, Rambo. Hier. Hm? Alles gut hier? Ja. Du? Hast auch einen schwarzen Ring rum, ne? Ja. Hast du einen schwarzen Ring rum, ja? Ja, ne? So. Mal gucken, ob noch jemand dabei ist, der raus möchte. Ja? Müsst du hier noch jemand raus? Komm her. Hallo. Hm? Ja. Komm. Ja. Der Grünchen, ne? Der Grünchen. Und du auch. Wir müssen gehen. Hm? Hallo. Hm? Was ist hier los? Party? Ist hier Party? Komm her. Hm? Hm? Ist hier Party, Blue? Ja? Ja? Ist hier Party? Hm? Alles okay? Ja? Alles okay? Ja? Alles okay? Hm? Was ist los? Grünchen. Jetzt schießt wieder vorbei, was? So. Schießt ihr hier vorbei? Grünchen. Hm? Fluch? Hallo? Hm? Alter Fluch. Hm? Fluch? Hm? Wollen wir mal gucken? Ja? Wollen wir mal gucken? Ja? 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 So? Ja? Ja? Alles verleckten? Ja, ne? Mütze? Hm? Mütze. Hm? Mütze. Ja? Hildegarde. Was ist denn los? Siehst du gar nicht raus? Hm? Wo siehst du gar nicht raus, Hildegarde? Aha! Alter Hilde, nicht? Die wilde Hilde, sagt mich. So. Genau. So. Wie geht's? So? Ja, kommt noch einmal, ne? So. Ja? Noch ein Schwarz, ne? So. Und du? Ha? Alles gut? Alles ist gut, ne? Hm? Alles ist gut, ne? Ja. Komm her. Und siehst du was auch kommen, ne? Ja. Noch jemand? Komm her. Hallo? Noch jemand ohne Schwarz rein? Ja? Ich glaube, du bist ja Reise-Werlin, nicht? So. Komm her. Ey. Hallo. Hm? Oh oh. Oh oh. So. Noch jemand? Komm her. So. Hm? Hier sind auch Reiser noch von der Wut. Komm her. Hallo. Du gehst heute auf die Reise, ne? Ja? Wer ist schon wieder an meinem Ohr am Beißen da? Wer ist das? Wer ist schon wieder an meinem Ohr am Beißen? Hm? Da kommt noch einer an, ne? Ein grauer, ja. So. Ein grauer, ja. Ein graues, gelbes Gesicht. Hm? So. Komm her. Ein graues, gelbes Gesicht. Ja? Alles okay? Hm? Alles okay? Ja. Ja. Gut. Dann hau mal ab. So. Was ist hier auf dieser Seite? Hä? Aha. Da kommen auch gleich zwei. Ja. So. Da kommen auch gleich zwei. Hm? So. Alles gut? Komm her. Erst. Moin sagen erst, ne? Erst Moin sagen. Dann hau, ne? Alles klar? Ne? Hallo. 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 Erst Moin sagen. Hallo. Erst Moin sagen. Erst Moin sagen, ne? Aha. So geht das hier, ne? So geht das hier, ne? So geht das hier, sagt, ne? So. Hm? So geht das hier, ne? Nicht einfach abhaulen, ne? So. Nicht einfach abhaulen, sag. So. So. Nächste. Komm her. Stop. Und. So. Ich komme mal rum jetzt. Ne? Ich nehme dich mal so mit das, ne? Einmal in die Kamera gucken, ja? Einmal in die Kamera gucken, ja? Einmal in die Kamera gucken und blut er hier wieder vor, ja? Ja? Mit Rambo auch? Ne. Das ist gar nicht. Rambo bist du ja gar nicht. Noch jemand? Komm her. Oh, oh, oh. Was war das denn, ne? So. Komm her. Was war das denn? Hm? Ohne Moin sagen, hm? Ohne Moin. Komm her. Hopp. Hallo. Hallo. Was bist du denn für ein Vogel, ne? So. Was bist du denn für ein Vogel? Komm her. Hallo. 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 Ja? Hallo? Müssen wir wieder einen rausschmeißen? Ich werde dich aber im Auge behalten, ne? So, komm her. Hallo? Der sich so benimmt, der darf hier nicht bleiben, ne? Der hat hier nichts verloren. Hier kommen nur die Guten rein, ne? Hier kommen nur die Guten rein. Komm her. Hallo? Hallo? So, jetzt hast du verloren. Und ab. So, noch jemand? Komm her. Und so auf. Ah, du. Was ist mit dir? Da kommt wieder dein Feind, ne? So, ist das wieder dein Feind hier? So. Die Hildegarde will ihn wieder quälen. Will die Hildegarde nicht wieder quälen oder will sie nicht rutschen, ne? Siehste? Da sitzt er wieder drauf, ne? So. Alte Hildegarde, du, ne? Du alter Nymphensittich-Fehler, ne? Hildegarde, ja. So, pack ich. Ja, pack ich den Nymphensittich wieder weg, ne? Nein. Ab. Hopp. So. So, oder weg? So, Nächste. Komm her. Hallo. So, ein Gelber, ja? Der Nächste ist ein Gelber. Komm her. So, erst mal einen Sagen, ne? Da ist noch ein Gelber, ne? Ey. Hallo, bist du achten, was ist hier? Was machst du hier? Ha? Hallo. Hallo. Was ist das hier? Keine Angst, ne? Wir haben keine Angst, ne? Komm her. Was hier draußen ist, hat keine Angst, ne? Alles gut? Ja, ne? So. Komm her. Hier sind nur die Guten, ne? Hier sind nur die Guten im Programm, ne? Komm her. So, wir gucken, ob da noch jemand raus will. Komm her. Ha? Komm her. Ein Grüne noch? Ja. So, der Hellgrüne, ja. Der Hellgrüne will noch raus. Komm her. Ja. Der sagt doch schön, guten Morgen, ne? Einer von den Lieben, sagt ich. Nicht einer von den Guten, ja, ne? Nicht einer von den Guten, ne? Nicht einer von den Guten, ne? Komm her. Hallo. So. Hier spielt die Musik, ne? Ja. Hier spielt die Musik, ne? Ja. Hier spielt die Musik. So. Noch jemand ohne Fahrzeug? Noch jemand ohne Fahrzeug? Komm her. So. Ist doch auch sicher ohne Fahrzeug noch, ne? Also. Also. Erst auf die Hand, ne? Komm her. Erst auf die Hand, ne? So. Die Stahl kannst du raubauen, ne? Kult hin? Komm her. Hallo. 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 Nicht? Erst auf die Hand, sagt ich. Komm. Ja, okay, ne? Ah, und so. Ah, alte Rakete, ja. Alte Rakete, sagt ich. So. 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 Was ist denn da oben los? Was ist denn da oben los? So. Hm? Was ist denn da oben los? So. Hm? Noch jemand? Noch jemand? Komm her. Komm her. Komm her. So. Alles gut? Ne? Mal, ja. Der graue Hälfte. Komm her. Hallo. Komm her. Komm her. Der graue Hälfte, ne? So. Was bist du? Hm? Ein Weißkopfadler. Ja. Ein Weißkopfadler bist du, ne? Jawoll. Ein Weißkopfadler für München, ne? So. Ja. Für München vielleicht. So. Hm? Na, siehst du das, ja? Der Weißkopfadler für München, ne? Findest du fast, ne? Ne? Warte, so. Noch jemand? Komm her. Hallo. Komm her. Hopp. Hallo. 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 So. Unser Weißer, ne? der heute auf Reisen geht. Ja? Hm? Unser Weißer, der heute auf Reisen geht, ne? Ne? So. Alles gut? Ja? Bist du heute auf die Reise? Hm? Bist du einfach die Waschmaschine, ja? Ja. Die manicorien mit Sch Lem Brothers